Ho, 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 ho. Ho, 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 hier kommt der Weihnachtsmann. Ho, 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 hier hörtet, was er kann. Ho, 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 in der Weihnachtszeit. Einmal im Jahr steht er bereit. Alle Jahre wieder und in stiller Nacht singen wir die Lieder, weil es Freude macht. Da oben stehen die Sterne, sie funkeln hell und klar. Es leuchten auf die Augen der ganzen Kinderschar. Ho, 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 ho. Ho, 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 hier kommt der Weihnachtszeit. Wenn man an Bord ist von Lufthansa Sky Nutt. Und wenn man dann versucht, ins Internet zu kommen, dann dauert und dauert und dauert das. Also wie kann das nur sein, dass das ein so schlechtes Internet ist? Ich meine, wofür hat man das alles? So, und während wir auf den Zugang warten, dass das Video startet, habe ich mir mal ein schönes Rührei machen lassen, einen schönen Cappuccino bringen lassen und werde jetzt ein kleines, gemütliches First Class Frühstück machen. Nicht so üppig, ich habe ja Hoffnung, dass ich noch in die First Class Lounge gehen kann, ist ja viel gemütlicher Frühstück. Aber jetzt gibt es ein Rührei mit grossem Speck, ein kleiner Saft und ein heißer Cappuccino. Heiß, das ist entscheidend. Und was macht unser Video? Interessant fand ich noch jetzt, weil wir ja in der Landung stehen, dass wir, wenn wir zum Beispiel heute in Frankfurt landen, wir den Vorteil haben, dass wir mit dieser 7478 die erste Maschine sind, die heute die Landung in Frankfurt angeht. Und das ist doch großartig. Wenn man mal überlegt, dass sozusagen hier ein Nachtflugverbot besteht und weil dieses Nachtflugverbot besteht, darf man erst ab 5 Uhr landen. Das finde ich toll. Und jetzt sind wir die erste Maschine, die ankommt und die erste Maschine, die landet. Und das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Alles Liebe, vielen Dank. See you on YouTube. Yes, bye bye. So, Frankfurt. Ist schon ein bisschen kühler, ne? Ist schon leichte, frische, aber ist natürlich schön. Weil ich bin ja im richtigen Kostüm, das ist überhaupt kein Problem. So, wir sind wieder am A der Welt gelandet, nämlich die letzte Gate-Position A65, ein Alptau. Also da kann man nur sagen, das ist, oh weh, ohne Worte. Weil A65 und Anschlussflug A1 ist ein bisschen crazy. Aber schauen wir mal, ob die jetzt mal, dieses Mal was organisiert haben. Jetzt setzt wir die Überspringung, dann bespringen wir den A-Bereich. Wenn wir in den A kommen, müssen wir natürlich international ankommen. Und wenn wir international ankommen, müssen wir ganz nach oben, wie beim Z, um dann durch die Kontrollen zu kommen. Wir sind da positiv, das ist immer das Allerwichtigste. Da sag ich ho, ho, ho. Also wenn man sich diese Wege ansieht, das ist schon ein langes Weg leider. Auch da, die Frage, es ist jetzt 5.15 Uhr. Meine Boardingzeit ist 5.45 Uhr. Wie ist das mit dem Hot-Sircle-Service bei diesen langen Wegen? Eigentlich ja nicht zu schaffen. Aber wir bleiben in der Spur. Wir gucken mal, endlos weg, wirklich. Was ein Weg, man kann es nicht fassen. Und immer noch da, jetzt sind wir, oh, das ist wie Z-Laufen. Das ist, kann man alles gar nicht beschreiben. Jetzt kommt man in diesem Rondell raus. Das wird mit der Geschichte... Rüber wird zu lang. So, hier sind wir rausgekommen. Das ist ein bisschen crazy, aber nichts zu ändern. So, das war... Also da muss der Weihnachtsmann wirklich sagen, da sind Schildbürger am Spielen. Weil um 5.30 Uhr kann man erst durch die automatisierte Passkontrolle. Um 5.30 Uhr, und wenn man um 5.15 Uhr kommt, dann kann man da nicht durch, muss man warten. Für Anschlussfliege. Die um 5.45 Uhr gehen. Jetzt überrasche ich einen lieben Freund. Ich überrasche jetzt einen lieben Freund. Einen wunderschönen guten Morgen. Was haben Sie es gewartet? Alles gut? Ja, bei Ihnen auch. Sag ich ho, ho, ho. Doktor. Und schöne Feiertage. Ja, danke, danke. Voll Weihnachten. Bis bald. Ja. Tschüss. Ganz schnell, ja. So, war die Kontrolle der Business-Business-Business-Business. Und jetzt düsen wir schnell mal in die Först, wenn man Glück hat. Ach, Guinness. Das ist, also diese Anschlussflüge, das ist mir zu stressig. Also das ist mir einfach zu stressig. Denn da kommt keine Ruhe auf, kein Reisen auf und das ist Stress pur. Und dieser Stress ist ungesund und deswegen macht das keine Freude. Guck mal. Jetzt wartet auch noch der Aufzug so lange. Also das fand ich, also das fand ich wirklich völlig bescheuert, dass man um 5.30 Uhr erst die Passkontrolle öffnet, wenn Passagiere schon um 5.15 Uhr, 5.20 Uhr landen und Anschlussflüge haben. Ich meine, da ist doch hier im System was falsch. Da läuft doch im System Frankfurt Flughafen irgendein, da muss doch justiert werden, oder? Mal ehrlich. Da stand eine Schlange, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann auch hier kein Horncirkel-Service. Also ich meine, da muss ich noch nachfragen. Das erste Mal war ja in Ordnung, aber zweimal hintereinander ist ein bisschen dicke. Und naja, schauen wir mal. Wir bleiben weiterhin positiv. Und wollen mal gucken, wie lange es dauert. Ho, ho, ho. Ja, alles klar, schon Dank. Ja, so, dann wünsche ich Ihnen schön. Dann nimmt der Horn-Weihnachtsmann doch jetzt erstmal ein schönes kleines Frühstück in der A-Lounge und sagt, ho, ho, ho. Gibt wieder feine Leckereien. Ein schöner Cappuccino kann da kommen. Und vor allen Dingen frische, warme Croissants. Es kann nicht besser sein, wie nett dekoriert. Wir sind weihnachtlich sozusagen hier wieder da. Ich muss mal gucken, so schön mit dem Tannenbaum. Lieblich gemacht. Guck mal, ho, ho, ho. Da fühle ich mich ja wie zu Hause. Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsbaum in unserer Horn-Bees. Natürlich großartig. Kleines, feines, geschmücktes Horn-Beeschen. Macht große Freude. Auch sehr süß. Nett gemacht. Toll. Die hat schon begonnen. Ich habe einen kleinen Croissant-Snack genommen. Jetzt muss ich zu A15. Naja, wollen wir mal hoffen, dass das Gepäck und so weiter alles da ist. Ich meine, das ist ja auch alles immer schwierig. Ach, Kindes. Bin ich denn überhaupt? Ja. Gewidmet für den Moment. Hinaus. In die Wärme. Aber heute ist in Frankfurt um die Zeit natürlich wenig los. Also da hat man wirklich nur ganz wenige Menschen, die also um 5.45 Uhr unterwegs sind. Und ich habe gleich den ersten Flieger, also das ist überhaupt nicht mein Thema. Also das mache ich auch nicht mehr so oft. Und auch nicht so gerne. Aber A15, das ist irgendwie schön zu schaffen. Das kriegen wir gut hin. Das sieht lecker aus. Wir sind ja schon A14. Und da kommt der Horn einfach heute mal als Letzter. Wie ansonsten mal der Erste. Von der Seite. Äh, harren wir den Dingen. A15 ist ja direkt um die Ecke. Ich meine, über was reden wir uns da auf, ne? Dann würde ich sagen, hinein ins Vergnügen. Der Letzte, nicht den Letzten beißen die Hunde, sondern die Letzten werden die Ersten sein. Ho, ho, ho. Hier in Frankfurt am Airport. Und nun hinein. Nun hinein, das ist fein. Was haben wir denn? Ist das korrekt nach München? Ist das Boarding schon so weit? Der Weihnachtswagen, habe ich gar nicht gesehen. Tja, wer hätte das gedacht? Sie müssen nochmal das Türchen öffnen für Ihren Horncirkel, ne? Wunderbar. Dass Sie sich die Mühe machen und ho, 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 ne? Ja, vielen herzlichen Dank. Oder nicht das Türchen öffnen. Ich dachte, ich gehe durch den Dingsbereich, durch diese Economy-Abfertigungsbereich. Ich meine, der ist ja auch witzig, ne? Also ich meine, da gibt es wirklich lustige Leute. Vielleicht war er ja auch schon fertig, ne? Vielleicht war er schon in seiner ganzen Art, sozusagen, regelrecht überfordert und sagte, 45 ist nicht meine Zeit. Hat der Horn ja Verständnis für. Ich meine, es ist auch früh. Es ist früh. Und nun hinein. Guten Morgen. Ho, ho, ho. Morgen. Der Hornweihnachtsmann ist an Bord. Es kann losgehen. Auf geht's. So, schönen guten Morgen. Vielen herzlichen Dank. Ho, ho, ho. Bin ich zu, bin ich zuhause? Bin ich zu, bin ich zu, bin ich zu, bin ich zu. Bin ich zu, bin ich zu, bin ich zu. Bin ich zu, bin ich zu, bin ich zu. Bin ich zu, bin ich zu, bin ich zu, bin ich zu. Bin ich zu, bin ich zu, bin ich zu, bin ich zu.